Ja, Breaking News, wir unterbrechen ganz kurz unser aktuelles Programm für eine gute Nachricht. Eines unserer beliebtesten Haushaltshilfen, nämlich der topmoderne innovative Fensterpulsroboter, ist in wenigen Tagen endlich wieder lieferbar. Und da sollten Sie jetzt ganz schnell sein, bevor auch diese Lieferung dann wieder ausverkauft ist. Und was es mit diesem Fensterpulsroboter auf sich hat und warum der so innovativ und auch genial ist, das wird uns jetzt Anne-Kathrin erklären. Der erledigt für Sie das lästige Putzen der Fenster, der Fliesen oder aber auch der Duschkabine. Denn hiermit bekommen Sie den Sieger. Den Sieger 2019, der hat nämlich den Award bekommen für die beste Innovation. Da saß eine fachkundige Jury zusammen und hat sich dann für diesen Fensterpulsroboter entschieden. Und wie einfach und innovativ der zu bedienen ist, das zeige ich Ihnen jetzt. Man nehme eine Fensterscheibe, die habe ich hinter mir und schließe ihn einfach nur an. Da spielt es auch gar keine Rolle, wo. Dann schalte ich den einfach nur noch ein. So, das war es jetzt schon mal, war auch gar nicht schwer. Und jetzt kann ich den entweder mit der Fernbedienung steuern, ich muss auch gar nicht hinschauen. Oder sogar mit einer kostenlosen App, die ich mir vorher auf mein Smartphone heruntergeladen habe. Das ist ja schon mal cool. Super einfach in der Bedienung. Und das ist jetzt mal ein Fensterpulsroboter, der auch endlich mitdenkt. Denn der reinigt in einem Gang, der kann sogar in einem Arbeitsschritt nass durchwischen. Schauen Sie mal, hier haben wir nämlich diesen Wassertank mit eingebaut. Und der ermöglicht es uns eben, das Putzen und das Nassreinigen in einem Arbeitsschritt. Da sehen wir es. Ultrafeiner Sprühnebel. Den müssen Sie nicht sprühen, sondern das macht der automatisch. Also Sie müssen gar nichts machen, außer heute zuschlagen und bestellen. Denn der Preis ist einfach nur sensationell. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum der jetzt so schnell vergriffen war. Ja, also hoffnungslos ausverkauft. Jetzt ist er dann wieder lieferbar für einen sensationellen Preis. 332,45 Euro. In wenigen Tagen kommt er jetzt schon unbedingt auf die Liste schreiben. Und die Bestellnummer ist die NX6057 und die 569. Und ich finde auch, der Name Fensterpulsroboter ist hier ein bisschen irreführend. Der hat ja noch viel mehr drauf. Ja, wie zum Beispiel, wie wir gerade hier gesehen haben. Der kann sogar die Fliesen reinigen. Ob das im Badezimmer ist, wenn Sie Kalkablagerungen haben, Haarspray. Oder auch in der Küche, wenn Sie vielleicht gekocht haben, Fettspritzer nimmt er weg. Oder zum Beispiel die Duschkabine, die auf Glas ist. Der nimmt alle glatten Oberflächen. Ob das eine Oberfläche vom Kleiderschrank ist. Oder Ihr Spiegel. Oder aber auch Dachschrägen, Wintergarten, Terrassenfenster. Es spielt keine Rolle, wie groß das Fenster ist. Sie bekommen alles, was Sie dafür benötigen, heute noch mit gratis dazu. Wie zum Beispiel, und das muss man normalerweise extra kaufen. Sie wissen ja, wenn Sie sich ein Reinigungsgerät kaufen, dann muss man die Reinigungsmittel noch dazu kaufen. Das ist hier nicht der Fall. Wenn Sie heute noch bestellen, bekommen Sie gratis 250 Milliliter einer speziellen entionisierten Reinigungsflüssigkeit mit dazu. Die gibt es noch mit der praktischen Einfüllhilfe. Dann bekommen Sie ein Sicherungsseil noch gratis mit dazu. Damit sollte einmal Stromausfall sein, damit der auch nicht einfach nur abstürzt. Dann bekommen Sie noch drei Mikrofaserpads mit dazu. Ja, natürlich, wenn man stark verschmutzte Fenster hat, dann zieht man die hier einfach ab. Die sehen Sie hier sehr, sehr schön, stecken die in die Waschmaschine und können dann weitermachen. Alles ist heute mit dabei für diesen sensationellen Preis. Aber das Beste, Sie bekommen den Sieger. Sie bekommen den besten Fensterputzroboter bei uns aus dem Pearl TV Sortiment. So viele Kunden haben bereits bestellt, sind begeistert und überzeugt. Und mich überzeugt nicht nur der Preis, sondern auch die einfache Bedienbarheit. Und Sie vielleicht demnächst auch? Ja, also schlagen Sie zu bei diesem Preis. 332,45 Euro. Wenn auch Sie das Fensterputzen und auch das Schruppen im Bad und an großen Spiegelflächen satt haben, dann holen Sie sich diese Hilfe. Total ungefährlich für Sie. Sehr bequem. Sie schaffen sich mehr Freizeit. Und die Fenster werden blitzblank sauer. Innovationssieger 2019, unser Fensterputzroboter. Sie notieren bitte die Bestellnummer NX 6057 und 569. Und in wenigen Tagen ist er bei Ihnen.